...hier zugegen, als wir einen Sieger ausgekämpft haben, der am Ende Monier hieß. Und zwar in der Zusatzrunde, in der vierten Runde, hat er sich durchgesetzt gegen den Kämpfer, der jetzt gleich im ersten Kampf hier im Ring stehen wird. Aber zuerst bitte ich, als ersten Kampf der VIP-Fight Night des heutigen Abends, hier geht es um die Krone, hier geht es um 5.000 Euro für den Sieger. Ich bitte in den Ring, in die rote Ecke, in die Schadenbeer! In die Schadenbeer! Und nun, sein Gegner in der blauen Ecke, ich bitte in den Ring, Kevin Klinger! Kevon Klinger! Und nun zu den Kämpfern. Wir starten in der roten Ecke. Der Kämpfer ist 23 Jahre alt, verteilt auf ein Körpergewicht von 1 Meter und 93, bringt ein Kampfgewicht von 103 Kilo auf die Waage. Er kämpft für das Gym Golden Glory. Seine Kampfstatistik. 55 Kämpfe, 47 Siege, 20 davon durch K.O. Er war Deutscher Meister WKA 2005-2006. Er war Pro-Ammateur Meister WKN 2007. Welch Meister 2005-2006. WKA im Kickboxen in der Ecke, sein Trainer. Kurt Hammers, Andi Schadenbeer! Und nun der Finanist des letzten Jahres. Er kommt aus Hamburg, ist 23 Jahre alt, 1,83 Meter und aber ein Kampfgewicht von 100 Kilo. Er kämpft für das Gym Thai Holics Hamburg. Sein Kampfrekord. 31 Kämpfe, 20 Siege, ein Unentschieden, 6 K.O. Er ist Deutscher Amateurmeister WKN, Deutscher Meister WKA und Europameister. In der Ecke, sein Trainer, Till Görres aus Hamburg, Kevin Klinger. isa Café, 20 Siege, 21 Siege, 21 Siege, 21 Siege, 21 Siege. Ja, 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 ja. Ose charmanten Damen im Regen heute Abend gestellt vom Escort Bunnies Düsseldorf. Und ich sehe gerade, hier wird nochmal ein kleiner Hosencheck vorgenommen. Tja, meine Damen, wer hat behauptet, dass eine solche Feindheit nicht für die Dame interessant sein kann? Ja, 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 ja. Oh, see the shadows, baby, in the ceiling? I'll be вдруг哼 with me if I misbehave. It's just an old place to do this way. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Start beginnt! I want the drill on it. Come on! Go! Hey! 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 Okay! Fertig! Oh! Oh! Links wechseln, dann mit umtreten. Mit umtreten. Okay. Mit umtreten. Mit umtreten. Gut so! Ja! Gut. So! Oh! 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 Okay! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020